Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Ja, moin. Schön, dass ihr wieder da seid bei Searchcamp und jetzt beim SEO-Monatsrückblick für den August 2021. Ich habe elf Themen mitgebracht, 13 URLs. Die könnt ihr natürlich wie immer entweder hier hören oder ihr könnt auch zu uns aufs Blog gehen. Da stehen nochmal die 13 URLs, die elf Themen und meine Stichpunkte dazu könnt ihr das Ganze natürlich nochmal nacharbeiten. Ja, ansonsten freue ich mich wieder, dass die Schulen wieder angefangen haben. Ich finde Sommerferien immer total geil, aber irgendwie ist es dann auch wieder schön, wenn man ordentlich durchstarten kann. Und ja, SEO-Themen gibt es genug. Wobei ich sagen muss, mit elf Themen, wir hatten schon deutlich mehr. Ich habe ein paar aussortiert, das mag sein, die mir jetzt nicht so wichtig erschienen, aber es sind immer noch elf übrig geblieben. Und über die können wir jetzt gerne sprechen. Wie immer in Gruppen sortiert. Gruppe Nummer eins ist Seitentitel. Ja, und da habe ich euch gleich drei URLs mitgebracht. Ja, denn es gab bei Google eine Änderung. Normalerweise das, was als Titel im Suchergebnis angezeigt wird. Das wird ja aus dem Seitentitel übernommen. Ja, und da ist es jetzt wohl, grundsätzlich war es immer schon so in den letzten Jahren, dass Google Seitentitel nicht immer eins zu eins übernommen hat, sondern sie manchmal umgeschrieben hat. Wenn zum Beispiel die Brand vorne stand und nicht hinten, dann hat Google das einfach umgedreht. Oder manchmal, wenn das Ding mit Keywords zugekleistert war, haben sie sich auch an anderen Seitenelementen bedient. Und da gab es wohl ein Update vom Algorithmus. Das heißt, Google ist jetzt ein bisschen intelligenter geworden, in Anführungsstrichen, und macht das häufiger, dass sie den Seitentitel wegschmeißen oder umbauen und sich da vor allem gerne an Seitenelementen wie der Hauptüberschrift bedienen. Und da gab es durchaus einige Seitentitel, die auf einmal ein bisschen seltsam waren. Also ich habe auch einen großen Testlauf dafür gemacht. Ich habe mir insgesamt 1000 Seiten angeguckt und da jeweils den Suchergebnistitel mit dem Seitentitel und der H1 abgeglichen. Und ich persönlich habe in diesen 1000 Beispielen keins gefunden, wo Google sich falsch entschieden hat. Vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen seltsam oder anders, als ich es jetzt kenne, aber das ging schon so okay. Und trotzdem gab es relativ viele Beispiele, wo dann zum Beispiel der amerikanische Präsident als Vice-Präsident ausgegeben wird und auch ein paar sehr, sehr unglückliche Umformungen. Aber trotzdem, wie oft das passiert? Meine Meinung ist schon, dass ich glaube, ohne es zu wissen, dass dieses Thema gerade ein bisschen hochkocht. Und das glaube ich, wie so oft eher erst mal das Gefühl die Oberhand gewinnt, nämlich, wow, da macht Google irgendwas, worauf ich keine Kontrolle habe. Und das stimmt aber nochmal, das war auch vorher schon so. Es ist jetzt einfach nur noch einen Schritt weiter gegangen. Was sich aber definitiv geändert hat, ist, dass der Titel nicht mehr query-dependent ist. Das heißt, früher war es so, dass abhängig von der konkreten Suchanfrage konnte der ausgegebene Titel für eine konkrete Seite anders lauten in den Suchergebnissen. Es gab also nicht quasi für eine URL das eine Suchergebnis, sondern Google hat Titel und Meta-Description oder Snippet jeweils so angepasst, wie es jetzt gerade der Suchanfrage optimal passte. Und jetzt ist es so, dass zumindest der Titel ist nicht mehr query-dependent. Das heißt, der ist jetzt bei jeder Suchanfrage identisch für eine konkrete Seite. Also ich finde es spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich habe euch, wie gesagt, drei URLs reinkopiert und ihr solltet euch damit beschäftigen. Ich persönlich glaube aber, dass wenn man auch vorher schon sinnvolle Seitentitel und sinnvolle H1er hatte, die idealerweise auch, ich sage mal, sehr kohärent zueinander waren, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass ihr damit ein Problem habt. Aber vielleicht habt ihr einen Fall, schickt es mir gerne rüber. Mich würde es interessieren. Url oder Thema Nummer zwei, nochmal ein Hinweis von, in diesem Fall ein Beitrag bei SEO Südwest, meinem geschätzten Christian Kunz. Grundsätzlich sagt man ja, der Seitentitel wird an irgendeiner Stelle abgeschnitten im Google-Ergebnis. So 50 bis 60 Zeichen. Und länger sollte es nicht unbedingt sein. Wobei das, was länger ist, wird nur in der Darstellung abgeschnitten, wird aber nicht hinsichtlich des Rankings abgeschnitten. Das ist erstmal die gute Nachricht. Und jetzt kam nochmal der vollkommen korrekte Hinweis, dass es durchaus sinnvoll sein kann, längere Seitentitel zu haben. Denn in Google Discover oder in News werden die durchaus in voller Länge angezeigt, wenn sie natürlich auch da nicht eine ganz bestimmte Grenze überschreiten. Also da nicht immer, ja, sich Sorgen machen, wenn man jetzt mal eine Grenze überschritten hat. Oder für manche Zwecke kann es auch sinnvoll sein, diese Grenzen gezielt zu überschreiten, damit man dann eben in Google Discover oder in Google News mehr Raum einnehmen kann. Nummer drei. Genau, wir kommen in den Bereich mehr Traffic. Die Kategorie gab es bisher nicht, aber was Besseres ist mir heute nicht eingefallen. Deswegen Thema Nummer drei. Da ging es um das, eigentlich ein relativ altes Thema, ein alter Hut, nämlich PDF-Dateien. Ich mache demnächst nochmal eine Podcast-Episode nur zum Thema PDF-Dateien, weil das Thema ist eigentlich komplexer, als man denkt. Auf jeden Fall in Bezug auf SEO sind PDF-Dateien erstmal schlecht. Und es kann durchaus helfen, hier nochmal wirklich der ganz klare Hinweis, wenn man viel PDF-Traffic hat, dafür entsprechende HTML-Seiten aufzubauen, dann ein Canonical-Tag zu setzen von dem PDF auf die HTML-Datei, damit der Traffic eben fortan über HTML reinkommt. Also das ganz klare Empfehlung. Nochmal, ich werde demnächst eine Podcast-Episode dazu machen. Einfach nur, weil es mal wieder ein sinnvolles Thema ist. So, Nummer vier. Ja, es gibt ja ein Robots-Meter-Tag, Max-Image-Preview. Und, ja, standardmäßig steht der Standard drin. Man kann aber auch Large reinschreiben. Und so wie es jetzt einen Beitrag vermuten lässt, ist das gar nicht so eine schlechte Idee, denn gerade für Google Discover kann das eben Vorteile haben, weil das Bild eben viel größer ausgespielt wird. Also deswegen, das wäre sowieso immer meine Empfehlung, gibt ja diese drei Attribute, die immer quasi auf die Maximalwerte, respektive Minus 1 zu setzen, damit man eben auch nicht an irgendeiner Stelle Nachteile erleidet. So, den nächsten Bereich habe ich Nice-to-Know genannt, weil das sind wirklich Sachen, die in der Regel wirklich nur Wissen sind, ohne eine reale Implikation. Nummer fünf. Google hat, jetzt sehe ich das gerade, ich habe das in meinen Notizen hier falsch geschrieben, es geht nicht um das Jahr 2000, sondern natürlich um das Jahr 2020. Und da hat Google insgesamt 4.500 Änderungen an der Google-Suche durchgeführt. Und das ist echt, ich weiß nicht, ob es der Höchstwert ist, auf jeden Fall ein sehr hoher Wert. Außerdem gibt es von, gab es auch bislang von Google die Website How Search Works. Und Google weist an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass auch dieser Bereich komplett überarbeitet wurde. Das heißt, wenn ihr jetzt euch grundsätzlich nochmal für Themen interessiert, so Algorithmen und sowas, das, was Google natürlich öffentlich machen möchte, der sei nochmal herzlich eingeladen. Thema Nummer fünf, da findet ihr den Link. Thema Nummer sechs. Es gibt jetzt ja neu die, oder relativ neu, die Search Console Insights, eine Verbindung aus Search Console Daten und Google Analytics Daten. Und da gab es wohl viele Fragen, die verschiedene Nutzer hatten. Und dafür hat Google jetzt einen FAQ eingerichtet. Das heißt, wer mit diesen Google Search Console Insights arbeitet, sollte sich da auf jeden Fall einmal durchlesen. Auch um zu verstehen, warum es Unterschiede gibt zwischen Search Console Daten und Analytics Daten. Deswegen definitiv lesenswert. Ja, und Thema Nummer sieben, vielleicht auch nice to know. Google hat eine Seite aktualisiert, wo es auch so ums Thema Crawl-Budget geht. Und das ist ja durchaus ein Thema, mit dem sich SEOs gerne mal beschäftigen. Und da gibt es unten die Möglichkeit, sein Wissen in Bezug auf Crawling und Crawl-Budget einfach mal zu testen. Das heißt, da steht eine Frage, dann kann man die mit richtig oder falsch beantworten. Ein Zertifikat gibt es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht ein klassischer Test. Aber auf jeden Fall ist es mal spannend. Also für alle, die sich mit dem Thema Crawl-Budget beschäftigen, würde ich empfehlen, dass man das einmal durchmacht. Denn ja, weil ich nach wie vor finde, dass viele sich mit Crawl-Budget beschäftigen, ohne großartig zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht. Und da kriegt man durchaus noch einen tieferen Einblick in die ganze Thematik. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Wir betreten den Bereich Tools, ehrlich gesagt mit nur einem Thema, nämlich Thema Nummer 8. Es gab ja in der Vergangenheit, ich habe schon mal darüber berichtet, Indexierungsprobleme im Google-Index. Und dann hat man testweise eine Funktion eingeführt, mit der man vermeintliche Indexierungsprobleme an Google melden kann. Und die ist jetzt weltweit verfügbar. Mit einer kleinen Einschränkung, sie ist nur in englischer Sprache verfügbar. Das heißt, wenn es Probleme gibt, man kommt an diesen Link dran, das ist gar kein Problem. Aber offensichtlich lesen das dann nur Mitarbeiter, die der englischen Sprache mächtig sind. Das heißt, wenn man solche Vermutungen hat, dass es Indexierungsprobleme gibt, die algorithmisch bedingt sind, dann sollte man auf jeden Fall dieses Formular benutzen. Und dann auf jeden Fall, wie gesagt, in englischer Sprache. Wir betreten den Bereich Markup. Thema Nummer 9. Also, finde ich ein spannendes Thema. Dürfte eigentlich nicht Thema Nummer 9 sein, sondern müsste eigentlich Thema Nummer 1 sein. Aber so kam es halt in der Reihenfolge rein. Also Thema Nummer 9. Es gibt ja das Article Markup, um eben Artikel zu markieren. Sowas wie Überschrift, Autor und solche Sachen. Text natürlich. Und da ist jetzt ein neues Attribut aufgetaucht, was als Recommended geführt wird. Recommended heißt erstmal nichts, weil Required, das sind die Schlimmen. Required sind die, die ich liefern muss. Recommended sind die, die ich liefern kann. Also, wenn ich das nicht tue, habe ich erstmal, ja, keinen Nachteil im klassischen Sinne. Aber, was kann ich damit machen? Ich kann nämlich meinen Artikel mit dem Auto verbinden, respektive mit dessen Profilseite. Das muss auch nicht eine Profilseite auf der gleichen Website sein, sondern ich könnte zum Beispiel auch über diesen Author-Link auf die Facebook-Profilseite oder auf die LinkedIn-Profilseite verlinken. Wichtig ist eben nur, dass ich das quasi quer durch die ganze Website und quer durch das ganze Internet, was meine Artikel angeht, auch durchziehe. Und Google schreibt dafür, URL-Property helps Google disambiguate the correct author of the article. Das heißt, Google kann so, wenn es Ambiguitäten gibt, also es gibt eben fünf Peter Müllers oder sechs Petra Schmitz, und dadurch, dass ich eben auf diese eine Profilseite verlinke, kann Google besser erkennen, dass das alles von der gleichen Person ist. Welchen Effekt das Ganze hat, ist natürlich nach wie vor etwas umstritten und schwierig zu sagen. Aber wer das ganze EAT-Thema ernst meint und einen nicht-uniken Namen hat, so wie Markus Höfner zum Beispiel, dann sollte man das eben durchaus nutzen, respektive schon mal darüber nachdenken, das dann beim nächsten Relaunch oder so zu berücksichtigen. Ja, und dann würde ich den letzten Bereich betreten, nämlich den Bereich Page Speed. Thema Nummer 10. Es ist jetzt gerade mal ein Jahr her, da hat Google diesen Page Experience Faktor rausgeholt und hat gesagt, da fließen sieben Sachen rein. Jetzt hat Google festgestellt, ja, mit den sieben, das war ja gar nicht so gemeint, es sind nur sechs. Und zwar haben sie das Ganze geändert und haben halt gesagt, es gibt eigentlich einen Faktor, der da rein zählt und das ist Google Safe Browsing. Und Google Safe Browsing heißt ja quasi, wenn eine Website gehackt ist, dann greifen Mechanismen, die verhindert, dass Nutzer da hingeleitet werden. Super Sache, passiert natürlich extrem selten. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht mehr in dem Page Experience Faktor drin, was natürlich nicht bedeutet, dass dieser Schutz verschwindet. Google schreibt nämlich, Safe Browsing-Meldungen werden weiterhin in der Search Console außerhalb des Berichts zur Nutzerfreundlichkeit von Seiten angezeigt. Also alles noch gut, es fließt nur nicht mehr in diesen einen Faktor rein. Das heißt, wer sich gewundert oder wer sich wundert, warum das Ding in der Search Console jetzt woanders steht, das ist der Grund. Hat auch noch nie Sinn gemacht, dass es da drin war, weil es ist eigentlich keine Page Experience. Aber okay, wie auch immer. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch Thema Nummer 11. Auch ein Statement von Google, dass sie gesagt haben, es gibt ja sogenannte Tie-Break-Faktoren. Das heißt, es gibt einige Ranking-Faktoren, die sind eigentlich sehr gering gewichtet. Und ich sage mal, wenn man zwei gleiche Websites hat und die sind in allen anderen Faktoren gleich, dann greift dieser Tie-Break-Faktor. Das war zum Beispiel damals mal HTTPS. Dass eine HTTPS-Website hat halt quasi, ja, war 1% besser in den Rankings als die anderen. Und jetzt ging es nochmal um die Frage, ob die Core Web Vitals, also die Ladegeschwindigkeit einer Seite, ob das auch ein Tie-Break-Faktor ist. Und da hat Google nochmal klargestellt, okay, it is a ranking factor and it's more than a Tie-Breaker, but it doesn't replace relevance. Also, ist nicht nur ein Tie-Breaker, also ist nicht nur so ein Mini-Ding. Das wäre jetzt auch fast ein bisschen schade gewesen. Die ganze Kommunikation seit einem Jahr, um dann etwas rauszubringen, was überhaupt keine Relevanz hat. also es zählt als Ranking-Faktor. Es ist mehr als ein Tie-Breaker, aber ich glaube auch nicht deutlich mehr, wenn man sich die aktuellen Auswertungen so anguckt. Und natürlich, was Google nach wie vor wichtig ist, dass Relevanz immer noch das Wichtigste ist. Also es ist für Google wichtiger, jemanden auf eine relevante Seite als auf eine schnelle zu schicken. Und da greift natürlich trotzdem wieder das Spiel mit den Ranking-Faktoren. Wenn alle anderen die gleiche Relevanz haben und nur ich bin langsam, haben die anderen natürlich einen Vorteil. Ja, und umgekehrt. Klar. Und somit bin ich vollkommen überraschend am Ende des Zero-Monats-Rückblicks angekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Elf Themen waren es, nur 13 URLs. Das mit den Seitentiteln, ja, auf jeden Fall mit Beschäftigen und vor allem natürlich auch das mit dem Article-Markup, dass man die Autoren markiert. Das ja, wobei man bitte immer, ich kriege dann auch immer gleich verschiedene E-Mails und manche Leute wollen dann auch gleich auf LinkedIn mit mir diskutieren und so, freue mich da immer drüber. Aber viele versuchen eben immer noch zu tricksen, dass sie halt sagen, ja, wir haben ja gar keinen Autor, sollen wir dann einfach irgendeinen angeben? Nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendeinen Autor anzugeben, sondern wenn ihr einen starken, nach außen exponierten Autor habt, dann solltet ihr ihn angeben. Dann wäre es blöd, wenn man das nicht tut. Aber einfach alleine etwas angeben, ändert an der ganzen Gleichung erstmal überhaupt nichts. Okay, das wollte ich noch sagen, glaube ich. ansonsten, was machen wir denn? 30. August, wenn ihr das hört, ist der 31. August wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ihr, soll ja nochmal warm werden diese Woche. Ich hoffe, dass ihr, ja, nochmal schwimmen gehen könnt oder so. Und, unser ältester, zweitältester wird 18 in dieser Woche. Er freut sich natürlich darauf, noch ein bisschen Gartenparty machen zu können. Freue ich mich auch drauf. Ja, und ansonsten, ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund und besprechen uns spätestens wieder nächsten Monat. Bis denn. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020